Guten Abend, ihr wunderbaren Menschen. Ich bin so begeistert. Ihr glaubt es gar nicht. Und schon vor vielen Wochen war ich total begeistert in Israel, als ich Michaela und das ganze wunderbare Team gesehen habe, die das Musical aufgeführt haben. Das Musical der Exodus. Und ich sage es euch, seit vielen Jahren war ich schon nicht so begeistert wie da. Und ich habe hier einige von euch kennengelernt, eure Leiter, Jobs und Charlotte und Heinz und Thomas und auch unseren Egal und Martin. Und ihr seid eine Armee des Lichts, des Lebens und der Versöhnung und ich bin euer Soldat. Ich stehe mit euch. Und ich möchte mit der ersten Hälfte meiner Geschichte beginnen. Und es fängt mit einem dramatischen Ereignis am 29. November 1947 an. Die Resolution des UNSKOP Sonderkomitee Palästina. Wurde angenommen mit 33 für und 13 Stimmen dagegen, 10 Inthaltungen. Und das war wirklich ein sehr dramatisches Ereignis. Und das war ein dramatisches Ereignis, das in allen jüdischen Gemeinschaften weltweit gefeiert wurde. Und hier könnt ihr jüdische Kinder in einem britischen Lager sehen. Das ist in Amstau in Norddeutschland. Also ich bin da zu sehen, das ist in der zweiten Grundschulklasse, in der Nähe von dem Lehrer mit dem Hut. Und wir haben Geld gesammelt, um das nach Israel zu schicken, damit dort alles vorbereitet werden konnte. Und anschließend haben wir uns alle in einem riesen Saal versammelt. Und da unten sitze ich rechts, wo der Lichtfleck drauf ist. Und da gab es viele Aufführungen und Sprecher. Und was haben diese Sprecher gesagt? Einer nach dem anderen. Und einer von ihnen war der Vater von Isaac Rosman. Und was haben die gesagt? Sie haben gesagt, dass wir, die Leute da, Dass wir einen wichtigen Part gespielt hatten, bei der Entscheidung, die am Abend davor gefallen war. Wer sind also diese Leute? Was glauben die eigentlich, dass sie einen Teil gespielt hätten, eine Rolle in einer so wichtigen Entscheidung? Das ist also die Geschichte. Dieser Leute ist meine Geschichte, die Geschichte einer ganzen Ära. Und ich muss in der Geschichte ein bisschen zurückspulen, um euch da etwas Hintergrundinformationen über mich und meine Familie zu geben. Das finden wir da. Ich wurde in der Stadt Odessa geboren. Das war eine der größten jüdischen Gemeinden weltweit eigentlich. Fast 40 Prozent der Stadt waren vor dem Ersten Weltkrieg jüdisch. Meine Familie hat lange Routen in Odessa. Meine Familie von meiner Mutter kommt aus Deutschland. Meine Familie hat schon seit langem ihre Wurzeln in Odessa gehabt. Die Familie meiner Mutter, die kamen aus Deutschland nach Odessa. Und die Familie meines Vaters kam aus Weißrussland. 150 Jahre lang vor dem Weltkrieg hatten meine Familie also in dieser Stadt gelebt. Und mein Großvater väterlicherseits war aktiv an der Rebellion auf der Petyomkin beteiligt gewesen. Und er wurde gefangengesetzt, wieder freigelassen, aber der war ein sozialer Revoluzzer. Und als die Kommunisten sich Odessa näherten, ist er geflohen zur Grenze nach Rumänien hin und dort ist er verschwunden. Und meine Großmutter blieb mit meinem Vater allein zurück und er wuchs dann auf. Und er wurde dann zu einem medizinischen Offizier in der Marine. Und ich habe mit meiner Familie zweimal schon meinen Geburtsort in Odessa besucht. Und ich habe einen Film auch zusammengestellt über diese Zeit. Die enthält auch die Geschichte von meinem Vater und seinen Kämpfen. Und jetzt sehen wir da einen Ausschnitt draus. Odessa 1941. Mein Vater, Lieutenant Michael, dient seit drei Jahren als ein medizinischer Offizier in den Seestreitkräften der Sowjetunion. Und dann bricht der Krieg aus. Achtung, hier spricht Moskau. Hier spricht Moskau. Die sowjetische Regierung gibt bekannt den Bürgern der Sowjetunion. Heute, am 22. Juni, um 4 Uhr morgens, ohne eine Kriegserklärung, haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. An vielen verschiedenen Orten haben sie unsere Grenze verletzt und bombardiert. In Jitomir, Kiew, Sevastopol, Kaunas und in anderen Städten. Michael wurde an die Front geschickt und Dora, seine Frau, war auch an der Front. Im August war Odessa unter der Belagerung der rumänischen Armee. Michael wurde in der Schlacht um Moskau getötet. Und ich erzähle seine Geschichte meinen Kindern, wenn ich sie in dem Haus besuche, wo ich geboren wurde. Und das war 2016. Die Schlacht, in der er getötet wurde, die war schrecklich. Viele der medizinischen Offiziere wurden getötet. Wegen der starken Bombardierung der deutschen Artillerie. Sogar während sie die Verwundeten behandelten. Vor allem die Offiziere. Und viele von ihnen wurden getötet. Und sie wurden in Massengräbern in diesem Gebiet vergraben. Das war im Januar 1942. Ja, am 18. Januar 1942. April 2016. Kadetten der ukrainischen Seestreitkräfte lösen die Ehrenparade an der Gedenkstätte für die Bürger von Odessa ab. Die Opfer innerhalb der Seestreitkräfte waren. Im Zweiten Weltkrieg waren. Medizinischer Offizier. Dein Name soll gelobt sein. Du bist so weit weg, aber du bist so nah in meinem Herzen. Auf dem Schlachtfeld, was niemand überlebt hat. Was hast du dort gemacht, du mutiger Mann? In diesem unmenschlichen Krieg bist du durch das Feuer gerannt, während die Streitkräfte gekämpft haben? In diesem Inferno an dem Flussufer, als die Männer deinen Namen geschrien haben, bist du dort durch den Schnee gerobbt, als die Stadt in Flammen war. Fürchte dich nicht, Michael, du Arzt. Es gibt keinen Rauch mehr. Im Himmel soll dein Name gelobt sein. Im Oktober 1941, nach drei Monaten von Widerstand, hat sich Odessa den Rumänien ergeben. Und die haben sofort angefangen, die Juden auszulöschen. Teilweise wurden sie dort in der Stadt getötet. Andere wurden fortgesandt und in Konzentrationslagern getötet. Das war das Ende einer jüdischen Gemeinschaft, die eine der berühmtesten auf der ganzen Welt gewesen war. Hier die Juden von Odessa auf ihrem Weg in den Tod. Ich war mit meiner Großmutter in Odessa mit meiner Großmutter. Meine Mutter war auch mobilisiert. Und Odessa war unter dem Sieg. Und ich blieb zusammen mit meiner Großmutter in Odessa. Meine Mutter wurde auch durch die Mobilisierung an die Front gerufen. Und die Stadt Odessa war also belagert. Meine Großmutter hat mich dann in den Zug gesetzt, der unter starkem Beschuss die Belagerung durchbrechen konnte. Und ich bin durch einige Scherben und Glasscherben verletzt worden, aber meine Großmutter hatte sich über mich geworfen und mich so geschützt. Und so entkamen wir der Belagerung von Odessa. Und das ist eine Zeichnung, die ein kleines Mädchen in der fünften Klasse angefertigt hat, als ich meine Geschichte meiner Flucht erzählt habe. Wir sind entkommen und zuerst sind wir hier in die Richtung Moskau geflohen. Und dort hat meine Mutter uns dann getroffen und wir haben uns zusammengeschlossen. Und dann ging es in Richtung Zentralasien weiter. Und als wir die Hauptstadt von Tatschikistan erreicht haben, da erreichte uns die Nachricht, dass mein Vater auf dem Schlachtfeld umgekommen war. Und als Flüchtlinge wurden wir in einem Kino untergebracht. Und wir als Familie hatten so den Kassenbereich. Und meine Mutter fing an, als Buchhalterin in einer Eisenbahnfabrik zu arbeiten. Und dann traf sie einen jüdischen Flüchtling aus Polen. Und sie haben geheiratet und von der Beziehung habe ich also auch eine Schwester. Und dann war der Krieg zu Ende. Und unser Anführer Ben-Gurion sagte, es war ein trauriger Tag für die Juden der Welt. Aber er war auch traurig für mich. Nächstes Bild bitte. Also das ist jetzt kein Originalbild, sondern aus einem alten sowjetischen Film. Aber es zeigt, wie die Rote Armee im Reichstag feiert. Und sogar in Tatschikistan gab es Siegesparaden auf den Straßen. Leute haben gefeiert und getanzt. Ein Junge kam zu mir und sagte, mein Papa ist zurückgekommen, aber deiner wird nicht zurückkommen. Und ich bin nur zurück in das Kino gegangen, in meinen kleinen Kassenbereich, habe die Rollläden zugemacht. Ich wollte von dem ganzen Siegesrummel nichts mehr hören. Drei Tage lang habe ich diesen Raum nicht verlassen. Was sollte ich tun? Und am nächsten Tag war es dann so, mein Stiefvater war Zionist. Und der wollte auf jeden Fall nach Israel. Und er hätte das Recht gehabt, nach Polen zurückzukehren, weil er ja einen polnischen Pass hatte. Aber er wollte den gar nicht. Meine Mutter war seine Frau, meine Hälftein war seine Tochter. Sie hatten die Möglichkeit, nach Polen zu gehen. Und meine Mutter war ja seine Frau und meine Schwester war seine Tochter. Die hätten alle die Erlaubnis gehabt, mit nach Polen zu gehen. Aber ich halt nicht. Ich war ja ein Sowjetbürger. Also haben sie ihr Leben riskiert. Und dann haben sie dieses Risiko auf sich genommen, um meine Geburtsurkunde zu fälschen, mit einem neuen Geburtsdatum, einem neuen Geburtsort, einer neuen Staatsangehörigkeit. Einfach, damit ich sozusagen erscheine, als der Sohn meines Stiefvaters. Und dann haben wir einen Frachtzug bestiegen. Aber dieser Zug war ein kleiner Teil einer großen Bewegung in Europa, die nannte man die Flucht. Und das Ziel dabei war, die meisten jüdischen Flüchtlinge, die keine Heimat mehr hatten, wo sie hingehen könnten, die in die P-Camps nach Süddeutschland zu bringen, die dort unter amerikanischer Leitung standen. Mein guter Freund und Kamerad ist hier. Und sein Vater war einer der leitenden Offiziere oder kommandierenden Offiziere dieser Fluchtbewegung. Also morgen verrate ich euch noch einen anderen Teil der Aktivitäten dort. Das war sehr gefährlich, weil die Sowjets, denen gefiel diese Bewegung nicht. Und der Vater von Isak, der saß in Budapest in einem Gefängnis deswegen. Aber auf jeden Fall haben die Kommandeure uns in diesen Zug gepfercht. Und wir saßen dann auf dieser langen Strecke von Zentralasien nach Westeuropa saßen wir dort in den Zügen. Also das war eine lange Strecke, ja. Und ich war ein Junge, also auf dem Papier stand, dass ich fünf war, als wir anfingen. Aber eigentlich war ich ja schon sieben. Also ich war ein Junge, ja, und ich fand die ganze Natur, die Landschaft unglaublich attraktiv, die da außen uns begegnete. Ich habe die große Wüste gesehen, Karakum. Ich sah den Rahlsee. Und eines Tages, das war ganz seltsam, natürlich, die Offiziere wussten alle, was los war, aber wir hatten ja keine Ahnung. Der Zug, der fuhr immer eine Woche in die eine Richtung und zwei Tage wieder in die andere Richtung. Ein paar Tage unterwegs, ein paar Tage Stillstand. Aber keiner hatte eine Ahnung, was abging. Und wisst ihr, was los war? Weil das waren ja damals Dampfloks und die Leute kamen immer, um heißes Wasser für ihren Tee zu holen. Und eines Tages, da waren mehrere Leute unterwegs, um heißes Wasser zu holen und mein Stiefvater war dabei. Und der Zug setzte sich plötzlich in Bewegung und die hatten keine Chance mehr, in den Zug zu klettern. Aber unsere Kommandeure waren natürlich alle super effizient und eine Woche später tauchten sie plötzlich in einem offenen Kohlewaggon wieder auf. Und die waren natürlich von oben bis unten schwarz. Eines Tages sah ich plötzlich ganz viel Wasser draußen. Und dann habe ich irgendwie die Leute dann gefragt, die da sich auskannten, weil das war so viel Wasser, da waren Schiffe drauf und überhaupt. Und die sagten, das ist die Volga. Aber das, was wir sahen, als wir dann nach Europa reinkamen, war schrecklich. Niedergebrannte Dörfer, völlig zerstörte Städte. Und als der Zug dann sich der polnischen Grenze näherte, da sah ich etwas, was mir sehr, sehr weh getan hat. In der Nähe der Schienen lagen Spielsachen, Puppen, vielleicht ein Bus. Und dann habe ich mich gefragt, wo sind denn die Kinder, die zu den Spielsachen gehören? Wo sind die Eltern? Und dann sah ich eine Stadt, da rechts sieht man das, eine Stadt, die völlig zerstört war. Das war Stettin. Als wir da oben waren, da haben unsere Kommandeure dann sich sozusagen offiziell bekannt gemacht. Und wir haben uns dann, sind wir von dem Zug ausgestiegen und wir haben uns in einen Treck formiert. Wir waren 40 Leute etwa und wir sind zu Fuß von der Ostsee in Richtung Süden marschiert. Und wir mussten also mit unseren Rucksäcken immer bei Nacht marschieren und tagsüber schlafen, weil die polnischen Landwirte uns erschossen hätten, wenn sie uns gesehen hätten. Aber als wir dann, als wir an die tschechische Grenze kamen, da veränderte sich plötzlich was in der Atmosphäre. Und das ist ein Bild, das werde ich nie vergessen. Zum einen die tschechischen Grenzbeamten, die lächelten uns an. Die Bauern brachten so Schubkarren für die alten Leute. Aber was ich dann sah, in der ersten Stadt, als wir dann über die Grenze kamen, Nachod, als wir da hineinkamen, Da haben die Leute angefangen, ihre Fenster aufzumachen, auf die Balkone zu gehen und sie haben Blumen und Äpfel über uns niederregnen lassen. Sie wussten, dass wir Juden waren. Und diese dramatischen Ereignisse haben mich auch für den Rest meines Lebens beeinflusst. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich heute hier bin, weil ich weiß, Menschen können auch gut sein. Und dann konnten wir endlich in einen normalen Zug steigen und wir haben die ganze Tschechoslowakei durchkreuzt, durchquert und sind dann nach Österreich reingekommen. Und wir haben dann Halt gemacht in Mauthausen und das, was ich dort gesehen habe, Das hat mir den Mut genommen, irgendwelche Todeslager jetzt noch zu besuchen, weil mit siebeneinhalb habe ich dort Dinge gesehen, das geht gar nicht. Aber als wir dann die Grenze nach Deutschland überschritten, wurden wir von amerikanischen Soldaten in Empfang genommen. Die Soldaten, die nahmen uns Kinder in die Arme, die haben uns Süßigkeiten gegeben. Und mich hat ein großer, starker amerikanischer Soldat in die Arme genommen, der hat mir Bonbons gegeben. Und dann habe ich aber mein Taschentuch rausgezogen und ihm angefangen, das Gesicht abzuwischen. Warum? Weil der schwarz war. Ich hatte noch nie einen Schwarzen gesehen. Dann kamen wir in das DP-Camp und ich mache gleich Schluss. Das war nicht so schlimm, das war in der Nähe vom Adlerhorst, wo der Hitlers Bunker da. Wir hatten Abenteuer. Und dann eine Schule. Zuerst waren wir da unten in der Schule. Ja, wir waren alle da in der Schule. Und dann gab es eine Jugendbewegung. Und gefeiert haben wir. Und dann hatten wir auch noch Abenteuer draußen auf der Straße. Jede Woche sind wir in irgendwelche Dörfer gegangen und die Deutschen haben sich vor uns gefürchtet. Und eines Tages sind wir so neben den Schienen hergelaufen. Und dann hat ein Junge eine große Metalltür gefunden. Und dann haben wir die geöffnet und sind in einen tiefen Keller gestiegen. Da waren Telefone und ganz viele so elektronische Geräte der Zeit damals, klar. Und dann haben wir so ein bisschen damit gespielt. Und dann kamen wir wieder ins Freie und waren ganz glücklich. Aber als wir zurück ins Lager kamen, da warteten schon drei Polizisten auf uns. Die deutsche Polizei der Dörfer. Die jüdische Polizei aus dem Lager. Und die amerikanische Militärpolizei hat uns auch schon in Empfang genommen. Dann haben wir es echt abgekriegt, weil sie haben uns erzählt, dass wir das komplette Zugsystem in Süddeutschland lahmgelegt hatten. Aber unsere Strafe war Hausarrest. Aber für mich waren das nur ein paar Tage. Weil um Mitternacht, eine Woche später, da wurde ich wachgerüttelt. Da war ein Fotograf da. Morgen wirst du nach Israel gehen und wir fälschen für dich ein Dokument. Noch ein gefälschtes Dokument. Und das weitere erzähle ich euch dann morgen. Vielen Dank.